In diesem Fall gibt es einen Trick, den die Polizei anwendet, um zu verhindern, dass jemand vor Gericht fälschlicherweise Unzurechnungsfähigkeit beansprucht. Obwohl er Pole ist, sagte Karol Kott einmal, dass er sich wünschte, er hätte während des Zweiten Weltkriegs leben können, um die Konzentrationslager im Betrieb zu sehen und er hätte gerne eines geleitet. Außerdem wurde der junge Mann wegen seiner psychischen Störung zu einem Arzt gebracht und mit Vitaminen nach Hause geschickt. Er ist einer der berüchtigsten Serienmörder, die je in Polen gelebt haben und seine Faszination für den Tod begann schon in seiner Kindheit. Karol Kott wurde am 18. Dezember 1946 in Krakau geboren, wo er auch sein ganzes Leben verbrachte. Sein Vater war ein Ingenieur und seine Mutter eine Hausfrau. Er hatte auch eine Schwester, die acht Jahre jünger war als er. Seine Familie war völlig normal. Soweit uns bekannt ist, wurde Karol weder von seinen Eltern noch von anderen Familienmitgliedern missbraucht. Allerdings zeigte er schon früh in seinem Leben makabere Tendenzen. Einmal reiste seine Familie in den Ferien nach Pschim, südlich von Krakau. Der junge Mann langweilte sich und ging in eine Metzgerei in der ihm unbekannten Stadt. Er war bereits von Messern fasziniert und was er in dieser Metzgerei sah, faszinierte ihn. In dem Sommer seiner frühen Kindheit besuchte er immer wieder Metzgereien und Schlachthöfe. Er entwickelte eine Vorliebe dafür, Tiere bluten und sterben zu sehen. Er erzählte den Schlachthöfen, dass es ihm Spaß machte, das Sterben zu beobachten und sie erlaubten ihm, im Schlachthof zu helfen. Einmal gaben sie ihm einen Becher mit warmen Schweineblut von einem frisch geschlachteten Schwein, um zu sehen, ob er es trinken würde. Er zögerte keine Sekunde, es zu trinken. Zu Hause begann er, die Katzen seiner Schwester zu misshandeln und Frösche, Hühner, Krähen, Maulwürfe und Kälber zum Vergnügen zu quälen und dann zu töten. Er begann auch, Messer zu sammeln und verbrachte seine Freizeit mit dem Studium von Anatomiebüchern, weil er neugierig war, welche Arten von Wunden man Menschen zufügen konnte. In der Schule wurde er schikaniert und gehörte nicht dazu. Obwohl er gute akademische Leistungen erbrachte, blieb er wegen seiner etwas merkwürdigen Persönlichkeit von anderen Schülern isoliert. Er wurde mit Beleidigungen wie Lolo, Al Capone, Informant, Pyro und Triebtäter verspottet, um nur einige zu nennen. Man nannte ihn Pyro, wegen seiner Faszination für Flammen und Triebtäter, wegen seiner Angewohnheit, seine Mitschülerinnen zu begrapschen. Zu seinen außerschulischen Aktivitäten gehörten Messerwerfen, Karate und der Umgang mit Schusswaffen im örtlichen Schützenverein. Er war offenbar ein hervorragender Schütze und wurde sogar zum Abendessen mit der Familie seines Trainers eingeladen. Der Trainer war von den Schießkünsten des Jungen so beeindruckt, dass er seinen eigenen Sohn riet, so zu werden wie Karol. Als er später mit seiner Familie Auschwitz besuchte, wo die Nazis in nur viereinhalb Jahren mehr als 1,1 Millionen Polen ermordeten, erzählte der Junge seinen Eltern, er sei erstaunt über die Organisation und die Idee eines Konzentrationslagers. Er erzählte ihnen, dass es sein Traumjob gewesen wäre, das Lager zu leiten. Ab seinem zwölften Lebensjahr träumte auch Karol davon, Soldat zu werden. Später erlitt er einen Nervenzusammenbruch, er lebte eine extreme Notlage, als er in einem seiner Fächer durchfiel und nicht in die Offiziersanwärterschule aufgenommen werden konnte. Stattdessen gelang es ihm, eine örtliche Oberschule zu besuchen. Der Junge, der später als der Vampir von Krakau bekannt wurde, versuchte in seinen späten Teenagerjahren, Menschen zu töten. Nach einigen Fällen, in denen er keine einsamen Ziele finden konnte, ging er in eine örtliche Kirche und wartete dort auf jemanden, den er töten konnte. Später sagte er über diese Erfahrung, wie ärgerlich, niemand ist gekommen. Erst als er die Kirche verließ, bemerkte er, dass sich eine Frau mittleren Alters in der Kirche befand, die er nicht hatte hereinkommen sehen. An diesem Tag, dem 21. September 1964, stieß Karol, das Messer, das er mitgebracht hatte, tief in den Rücken von Helene Felgen, während sie betete. Er stach noch einige Male auf die Frau ein und flodern vom Tatort, wobei er nach eigenen Angaben das Blut von der Klinge leckte. Die Frau überlebte jedoch und erzählte der Polizei später, dass der Täter ein junger Mann war. Zwei Tage später entdeckte Karol die 78-jährige Franziska Lewandowska beim Aussteigen aus einer Straßenbahn in Krakau. Er folgte ihr mit dem Messer in der Tasche nach Hause und stach auf sie ein, als sie die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufstieg. Auch Lewandowska überlebte die grausame Tortur. Am 29. September blieb Karol erneut in der örtlichen Kirche sitzen, als er eine 86-jährige Frau namens Maria Plichter entdeckte, die in Richtung Janastraße ging. Er rannte ihr nach und stach auf sie ein, bevor er noch Zeugen suchte und vom Tatort floh. Am nächsten Tag tauchte er im Krankenhaus auf, um sich nach ihrem Gesundheitszustand zu erkundigen und war berichten zufolge erfreut, dass sie nicht überlebt hatte. Die Polizei hatte Schwierigkeiten, den Serienmörder zu identifizieren, da seine Opfer willkürlich ausgewählt wurden, die Orte der Morde nicht miteinander verbunden zu sein schien und seine möglichen Motive den Ermittlern ein Rätsel blieben. Nachdem Karol drei Frauen mit einem Messer angegriffen und alle in den Rücken gestochen hatte, begang er, mit anderen Mordmethoden zu experimentieren. Er kaufte etwas Arsen, ein tödliches Gift, und ging in eine örtliche Bar. Dann bestellte er ein Bier und nahm eine Flasche Essig vom Tresen, als niemand hinsah. Er mischte genug Arsen hinein, um ein ganzes Dorf zu töten. Seltsamerweise wurde die Flasche jedoch nie wieder benutzt, so dass der Essig nicht auf den Tellern der Gäste landete. Arsen hat schließlich einen starken Geruch. Karol gab nicht auf und besuchte mehrere andere Kneipen, in denen er vergiftete Getränke an beliebten Plätzen abstellte, in der Hoffnung, jemanden zu töten. Doch wie durch ein Wunder hatte er auch hier keinen Erfolg. Später besuchte er sogar das Haus eines Mädchens, das er kennengelernt hatte, und stellte ihr vergiftetes Bier vor die Tür, aber auch sie ignorierte es. Er änderte seine Taktik und versuchte später während seiner 17-monatigen Pause vom Töten mehrere Brandanschläge zu verüben. Obwohl er sein Bestes gab, legte er keine Brände, die jemals Leben gefährdeten. Zum Glück. Später beschrieb Karol seine Teenagerjahre als eine schmerzhafte Existenz für ihn. Er hatte einfach an fast nichts im Leben Freude. Er fühlte sich leer. Daher setzte er seine Hauptmethode, das Erstechen, fort und griff nach dem 13. Februar 1966 weitere Menschen an. In einer Tat, die später als Overkill bezeichnet wurde, erstach er einen elfjährigen Jungen namen Leszek Halek in der Nähe eines Hügels, wo gerade ein Rodelwettbewerb stattfand. Der junge Leszek hatte an dem Wettbewerb teilgenommen und war anschließend von seiner Gruppe weggelaufen. Polizeibeamte, die den Tatort untersuchten, stellten fest, dass die Wunden, die dem kleinen Leichnam zugefügt wurden, weit über das hinaus gingen, was zur Tötung nötig gewesen wäre. Das Schrecken eines Vampirs verbreitete sich in Krakau. Nicht unbedingt, weil er Blut trank, sondern weil er seine Opfer scheinbar wahllos auswählte. Und in einigen Haushalten schliefen die Menschen mit Brettern unter ihrem Hemden, um sich vor nächtlichen Angriffen zu schützen. Am 14. April 1966 ging Karol in die Jana Draiso-Biziku-Straße entlang, als er ein junges Mädchen sah, dass die Treppe nach unten zum Eingang ihres Wohnblocks stieg, um Briefe aus dem Briefkasten zu holen. Karol packte sie und stach der achtjährigen Malgosia etwa zehnmal in den Bauch, die Brust und den Rücken. Er hatte Spaß am Schneiden und stach deshalb nicht sehr tief zu. Er zog es vor, ihr viele Messerstiche zuzufügen, die ihm Freude bereiteten. Infolgedessen konnte das Mädchen später in ihrer Wohnung zurückkehren, obwohl es schwer verletzt war und überlebte nach einem Krankenhausaufenthalt. Vier Tage später kehrte er in den Wurbenblock zurück, um sich bei den Eltern des Opfers nach dessen Namen zu erkundigen. Karol Kurt war begeistert, als er sah, dass er in den Nachrichten als Vampir bezeichnet wurde. Er erzählte einer seiner Freundinnen, Danuta, einer älteren Kunststudentin, aufgeregt, dass er derjenige war, der diese Verbrechen begangen hatte, und sie lachte ihn aus. Sie nahm ihn nicht ernst, als er sagte, dass er das Papier wie ein Poster an seine Wand pinnen würde. Seine Eltern verdächtigen ihren Sohn nie. Sie nannten ihn einen unauffälligen Jungen. Daher war der junge Karol begeistert, wenn sie am Abendbrottisch über seine Verbrechen sprachen. Einmal sagte sein Vater, nur ein Bastard kann solche abscheulichen Taten begehen. Und der Serienmörder soll darüber gelächelt haben. Was das Mädchen betrifft, dem er die Zeitung gezeigt hatte, so behauptete Karol später, dass sie seine Freundin sei, aber sie glaubte ihm kein Wort. Er erzählte ihr oft von seiner Gier nach Blut und wie sehr er es liebte, Tiere und Menschen sterben zu sehen. Einmal hielt er ihr sogar ein Messer an die Kehle, um die wahnsinnige Angst in ihren Augen zu sehen. Aber sie tat das als kranken Scherz ab. Erst als sie ihr später eine Glasscherbe in seiner Tasche zeigte, mit der er sie erstechen und dann Selbstmord begehen wollte, bekam sie einen Verdacht. Sie ließ ihn einen Arzt aufsuchen, der ihm dann Vitamine gegen seine Mordlust verschrieb. Erst als er ihr in allen Einzelheiten von seinem Angriff auf die achtjährige Malgorsia erzählte.